Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video und ich zeige euch, wie man Babys die Haare macht. Und ja, erstmal muss ich das Haar nicht ausmachen. Wenn man es nicht kaputt macht, das brauchen wir gleich noch. So, ich zeige euch, was ihr da braucht. Ein Blumenband, Haarkreide, hier so ein Lockenstab für Babys. Und eine Schüssel mit Wasser. Und eine Babys natürlich so. Ihr nehmt eine Barbie, macht zum Beispiel die Haare drauf. Nehmt ihr die Haarkreide und ja, ich zeige euch, wenn es fertig ist. Und. Das sieht jetzt aus, ich weiß, es sieht komisch aus. Und jetzt ins Wasser. Da. Okay. Das ist jetzt Mist. Wer hat es gesehen? Was passiert jetzt? Der macht einen Daumen hoch. Ich mache das nochmal von vorne mit einer anderen Barbie. Ich zeige euch jetzt auch welche. Mit der Elsa und nein, ich wollte mich nicht mehr essen. Ich melde mich, wenn es fertig ist. Und. Fertig. Das muss jetzt. Kann nur dauern. Und ich wollte welche Größen. Einmal Knappalappen. Hi. Und ja, ich habe schon mal einen Daumen hoch. Und deswegen sage ich nur Heiknappalappen. Und einmal Gutschigl. Hi Gutschigl. Wir haben beide einen Kanal. Gebt einen Daumen hoch bei denen. Bitte. Und abonniert sie. Jetzt will ich. Ich habe versucht zu färben. Jetzt zeige ich euch, was passiert. Weil, nein. Ich weiß, was passiert. Guck. Ich habe schon wieder. Trotzdem mache ich es rein. Ah, ich weiß, was ich mache. Ich kann es rein. So. Ich möchte mich später. Was geworden ist, das hier. Ich stelle die Haare jetzt nochmal ins Wasser. Mal gucken, was dann passiert. Ja. Ich merke mich, wenn es wieder fertig ist. Fertig. Jetzt stelle ich sie wieder ins Wasser. Ja. Ich merke mich, wenn die abgetrocknet sind. So sieht es aus. Jetzt. Und jetzt suche ich erstmal der Barbie die Haare kennen. Das gleiche. Die Haare sind gekämpft. Jetzt Locken statt. Ich zerreche jetzt hier. Es geht jetzt gleich. Die Haare ist klein. Und dann nehme ich die Haare. 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 Und dann kann die auch keine Locken oder so machen. Oder keine Haare färben. So sieht das, was jetzt aus. Jetzt möchte ich mal raus. Jetzt möchte ich mal raus. Wartet. Wartet. Jetzt. Ich mache mir nicht so gegänzt genug. Wenn ich die Haare färben mache. Muss man ja eigentlich ein bisschen länger machen. Aber das mache ich jetzt mit dem ganzen Haaren. einen Lockenstab. Und dann nehme ich einen Lockenstab. Macht auf. Macht eine Strähne zwischen. Aber von ganz vorne. Also von hier. Und dann dreht man das. Bis man alles drum hat. Dauert man eine Minute. Dann zieht man es ab. Ja. Und jetzt mache ich alle. Okay. Und ploppenst. Und die le existem in die spelling. Die Blöcke spielt dann richtig. Aber die Blöcke. 이렇게 emotionale. тяb diseases. Und jetzt mache ich eben noch einen schönen Zopf. Und gleich zeig ich euch, wie der aussieht. So sieht der Zopf aus. Und? Ja. Tschö! Ich sitze! ここ!